erfahrungspunkte sind immer gut Kohl Eiger oder DGV Report noch schnell Nö Kaltwort Prozent ja jetzt laden wir beide auf lieber bisschen verschwenderisch und sicher als tot Dup 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 Edelich Äh, warte, äh, so mei ich das nicht, oder, ähm, äh, es ist egal, ob du für dein Leben bittest, äh, Entschuldigung, aber ich muss nicht loswerden. Kein! Äh, warte, äh, überlass mir, äh, töten Digimon. Oder was? Warte, über mein Brot Digimon, was? Was? Ähm, genau, direkt hinter uns zu stecken. Äh, Geek, wer bist du, ähm, äh, aus dem Weg? Ähm, wenn du nicht gehst, äh, werde ich dich als erstes, äh, besiegen. Versuch's nur! Ich habe ein Komabon und ein Garabumon und du bist so hässlich. Bist du eine Spinner mit nur drei, äh, sechs Beinen? Mystical Ball! Autsch. Sag ich dazu jetzt nur, äh, Beteiligung vom Goma hochhauen, hochbashen. Autsch. Beteiligung vom Goma hochhauen, hochbashen. Wain of Poland! Attack down! So, ja, genau. Sag mir nicht gut. Karate Punch! Aussehen. Auch, okay, wir merken, ich habe einen Flieger in der Nase. Nein, wir sollten trainieren. Okay, ich werde jetzt nur einen benutzen. Ich glaube auch nicht, dass das was wird. Ich muss vorher also trainieren, also... Das seht ihr, glaube ich, gerade, oder? Oh, ja, ich habe auch gar keine Bette, um die Attacke wieder hochzukriegen. Komm mal drauf. Rain of Poland, du bist schon wieder? Kannst du was anderes? Ja, komm. Kannst du auch gleich saftkotten. Ratna, 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 ratna. So, attack. Death is up. Attack down, und so weiter, und so weiter. Und schon wieder auf Goma-Mod. Warum? Was hat er dir getan? Ähm. Mach die kleinen Goma-S, die nichts können, oder nie? Und schon wieder, Rain of Poland. Warum? Langsam ist es langweilig. Okay, das will ich jetzt nicht gesagt haben. Das habe ich nicht gesagt, das mehr. Ich habe nichts gehört. Zack, zack. Oh gut. Kann lange dauern. Ich weiß nicht, warum die nur den einen angeweift. Also, es ist jetzt für mich so eine... Das ist normal, also... Keine Ahnung. Netzverschwenderisch ist eben so. Warum mache ich es? Weil ich es kann. Zwei mal hintereinander. Wow. Sie greift einmal Gas und Wundern. Oh. Halt. 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 Um ehrlich zu sein. Ich durften ihre Leber vorher, also... Nee. Das hört man auch okay, Leon. Attack down. Er greift sie einmal ab. исп liste. Okay. Schon wieder? dass ich einen negativen Schaden machen kann. Also heilt. What? What? Was? Was? Was war das? Hallo? Und es geht weiter runter. Kann ich nur um Stunden handeln. Jetzt gebe ich gleich drittes Tiki-Mon einfach mit und dann werden wir mal sehen. Schau guck. Die lichten immer noch. Unglaublich. Komm, reif an. Ich will sterben. Nee, jetzt nicht. Hat aber gedauert. Ernst Party ripet out. Thank you. Pup. Verdammt, ich habe verloren. Aber los, das nächste Mal machen wir es besser. Ja, vorher gehen wir zum Laden. Ich will nichts kaufen. Nein, nein, bei dir nicht, bei dir nicht, bei dir nicht. Ich will erst mal etwas anderes kaufen. Ja, thank you very much! Come again! Das ist der Item-Shop! Wie kann ich dir helfen? Gar nicht! Doch, kannst du natürlich! Ich möchte was kaufen! Das war HP-Chip! Okay, jetzt haben wir endlich 5.5. Und hier haben wir davon 2. Genau! Einmal! Jax? Was gibt der hier noch? Nee, nee! Thank you! Come again! Blabliblub! Apropos, hab ich mir Digimon ausgerüstet? Digimon... Ach, das bleibt mal... Equipment... Ja, noch gar nichts. Überhaupt nichts. Nichts nahe Lanierte. Okay, ja, besser mal irgendwas kaufen. Ja, komm, 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 komm raus. Ja, willkommen. Was möchtest du haben? Koffing. Amor. Den Koffer. Und weil ich es kann noch... Ja. Ja. Ja, okay, das waren jetzt doch Weapons, aber ich habe gesehen, der eine hat Lust auf Critical Hit und so. Ohne. Digimon. Neum. Gabmon. Beziehungsweise Ad. Ausrüsten. Waffe. Change. Ach, da hat noch welche da. Ja. Ausrüsten. Ach. Ja. Ja, die kriegst jetzt du, weil du schneller gestorben bist als Ad. Und das war jetzt natürlich falsch. Und das war jetzt natürlich falsch, wie das ne. So. Equipment. Weapon. Change. Du bist du eigentlich. So. Ja. Genau. Wieder noch irgendwas. Da unten irgendwas. Okay. Okay. Alright. Mjoh. 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 Nehme auch noch mal was das hat jetzt gerade nicht gesehen, falls doch tut mir leid Filschneid es raus, mal sehen, wenn ihr was nicht gesehen habt was ich rausgeschritten hab, dann hab ich es rausgeschritten und was ich da nicht hier den Moorman holten das war ich da jetzt eigentlich keinen Lust noch hab, weil die anderen beiden haben wieder im Haus gekauft und so Puh, Bessch, das Flora-Mode Tutsche, wir müssen jetzt keinen Schaden machen, oder? Die Sonne kommt raus Wollen wir sehen? Ja, das macht jetzt gut Also ich mache jetzt mehr Schaden, die machen weniger Schaden Alle sind glücklich Zack Niauuu Niauuu Yay, Flora-Mans-Boot Gummermann dran Gummermann setzt, äh, Kratzer ein Und Den ganzen Weg nochmal Aber währenddessen trainieren wir ja auch immer positiv denken Ok, positive Gedanken sind ausgegangen Weiß da richtig? Deine Freundschaft zu einem Digimon ist um 10 gestiegen Cool, ohne dass wir es machen müssen Kommt auch Ja, 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 check, 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 ja, Lobmon, Lobmon, nein, Terramon, 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 ich glaube, es gibt auch einen Lobmon, wo gab's einen Lobmon? Lobmon habe ich ja auch schon mal drin Das ist so Terramon-lastig, das Spiel